So Freunde und damit herzlich willkommen zu einem neuen Meme-Coin oder beziehungsweise Meme-Coin-Vorstellung für unser kleines Meme-Coin-Experiment und zwar geht es um Flockers. Ja, was gibt es dafür zu viel zu sagen? Es ist auf jeden Fall ein Meme-Coin. Ich weiß nicht, wer diese lustigen Figuren schon mal gesehen hat, ich bilde mir ein, ich habe es irgendwo schon mal gesehen, aber das können wir uns gleich nochmal ein bisschen näher genauer angucken. Wir sind ja in einem sehr, sehr frühen Pre-Sale, wie immer gilt, es ist reinste Zockerei, das muss hier jedem bewusst sein, deswegen gehen wir hier selber auch mit sehr, sehr geringen Beträgen einfach rein in diese Meme-Coin, um nicht unser komplettes Haus und Hof zu verlieren. Bevor wir hier doch starten, lasst dem Video schon mal gerne ein Like da, abonniert den Kanal, wenn ihr es noch nicht gemacht habt und natürlich gerne in die kostenlose Telegram-Talk und Signalgruppe unten in der Videobeschreibung klicken, dort kriegt ihr immer die aktuellsten Infos auch zu Trades und den aktuellsten Videos. So, jetzt aber rein dazu und zwar geht es um Flockers. Wir haben hier wieder, wie gesagt, einen kleinen Meme-Coin mit momentan 500.000 oder knapp 500.000, die im Pre-Sale eingenommen wurden. Nächstes Ziel sind 676.000, ihr habt es bei Pepe gesehen, es kann sehr, sehr schnell gehen, dass hier diese Ziele eben erreicht werden. Der Pre-Sale endet jetzt auch oder beziehungsweise wird jetzt dann auch in den nächsten Stunden erhöht. Ihr könnt es wie immer kaufen mit Ethereum, USDT und Karte, dazu brauche ich auch nicht mehr wirklich viel sagen. Wichtiger ist mir da schon ein bisschen eher die Token-Verteilung, auch die Tokenomics, die jetzt hier nicht zu unterschätzen sind und man muss hier wirklich sagen, die Tokenomics sind besser als bei anderen Meme-Coins, muss man ehrlicherweise sagen. Wir haben hier 20% im Early-Bird-Catch, also werden vorzeitig jetzt im Pre-Sale verkauft. Dann 25% für das Staking, relativ hoch. Exchanges, also das hier schon gerechnet wird, dass auf Exchanges Liquidität dann auch liegt, 10%. Token-Breeding, das sind die 25%, das 25% werden im DAO-Tresor aufbewahrt. Dies ist der Vlog-Schatzruhe, in der die riesigen Reichtümer des Königreichs-Kollektiv aufgeteilt werden, also soll dann auch aufgeteilt werden. Also die Tokenomics, muss man sagen, unterscheiden sich wirklich mal von anderen Pre-Sales, wo im Endeffekt meistens 40 bis 70% von den ganzen Pre-Sales immer ausgegeben wird und danach dampft das Ding bis zum Tode oder sonst irgendwas. Muss man sagen, ist hier etwas besser, um ganz ehrlich zu sein. Ansonsten, wie kaufen, brauche ich euch nicht zu erzählen, Wallet Connect, wie immer. Die News-Seiten hier wieder aufgelöst, was hier los ist, beziehungsweise wer dafür auch noch sonst so Werbung macht. Was ist Vlog? Vlog beschreibt neue Wege in der Dezentralisierung. Es ist der erste Woe-to-earn-Meme-Coin seiner Art, bei dem sie die Macht haben, das Schicksal des Projekts zu bestimmt, während sie Premium für ihre Stimmen verdienen. Die Inhaber haben das Sagen und stimmen über alle neuen Vorschläge ab, die den zukünftigen Erfolg des Projekts und das Wachstum der Community betreffen. Ich bilde mir ein, es gab schon mal sowas, was gar nicht so schlecht gelaufen ist. Also auch hier versucht man ein bisschen, nicht nur die Tokenomics ein bisschen besser zu machen, sondern auch ein bisschen mehr, ja auch die Nutzer, beziehungsweise die Tokeninhaber hier mehr in das Projekt wieder reinzubringen. Gefällt mir auch ein bisschen besser. Und deswegen auch für dieses Meme-Coin-Experiment das erste Mal ausgewählt. Das sind sonst die häufigsten Fragen, braucht man nicht wirklich viel dazu sagen, beziehungsweise gibt es nicht wirklich viel dazu. Und das ist so ein bisschen die Comic-Geschichte. Finde ich auch echt cool gemacht, also man hat sich hier ein bisschen mehr Mühe gegeben als manche andere Seiten. Deswegen wird auch das für das erste Projekt sein, wo ich dann, oder mit eines der ersten fürs Meme-Coin-Experiment, auch hier wieder noch die Staking-Seiten 20, 26, habe ich euch ja schon bei Pepe gezeigt, wird dann hier erstmal die fully, ja, die fully kompletten Staking-Rewards, beziehungsweise die ganzen Token dann verfügbar sein. Es sieht schon ganz cool aus. Wir werden da auf jeden Fall reininvestieren, wie viel weiß ich noch nicht. Das werde ich euch nochmal im nächsten Video dann auf jeden Fall nochmal Bescheid geben. Aber das kommt auf jeden Fall in unser kleines Meme-Experiment mit rein. Ich denke, es wird sich so zwischen Pepe, Unchained und, ich glaube, Crypto-Allstars dann einreihen, irgendwie so um den Dreh. Ansonsten, wenn ihr investieren wollt, beziehungsweise hier bei dem Spaß mitmachen wollt, den Link dazu findet ihr unten in der Videobeschreibung, gleich der erste Link, einfach draufklicken und dann seid ihr dabei. Ansonsten wünsche ich euch schon mal noch einen schönen Tag, lasst es euch gut gehen, wir hören uns zum nächsten Video wieder. Bis dahin, ciao, ciao und wie immer, stay crypto.